Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Palworld? Was machst du hier? Patroulierst du? Das nenne ich mal einen Abflug. Ah ja, da war ja irgendwo so eine Ecke. Das mache ich zuerst. Da war irgendwo so eine Ecke. Da war noch ein anderes Monster. Da muss ich noch hin. Habe ich komplett vergessen. Okay. Hier zwei Affis. Sieht aber schön aus. Wäre für eine Basis ganz cool. Aber hier sind keine Ressourcen. Da kann ich dahingehend auch gleich vergessen. Und wieso muss es jetzt ausgerechnet dunkel werden? Jetzt habe ich in die Wüste. Oh, ist mir heiß. Oh. Ist das ein Rochen? Das war nicht geplant. Jetzt habe ich die zwei guten Bälle, glaube ich, verbraten. Was ist da hinten? Das ist wieder so eine Arena, oder? Ist das der Weg, wo ich eigentlich lang müsste? Ich glaube nicht. So. Jetzt wird es dunkel. Ist nicht gut. Ist es hier so krass? Ja, stirb. Stirb. Ja, nehm ich mit. Ah, da. Ein paar rote Bären. Was? Morinsel? Alter, es ist hier dunkel. Ich habe keine Vergriffen. Speer der Kühnheit. 23 natürlich. Was schläft da? Ach, die schlafen alle. Okay. Aber was bist du? Ach, ein Enton. Ein süßes kleines Enton. Da oben ist noch was. Da sind Hirsche im Wasser. Oh. Da könnte ich jetzt nach Hause reisen. Kurz schlafen. Und könnte dann wieder hierher. Theoretisch gesehen. Ah, nicht seit Entons. So. Ich komme jetzt schon ein bisschen weiter, ne? Leute. Es geht ein bisschen, ein bisschen weiter. Ich mache das natürlich hier ganz entspannt, weil ich keinen Bock habe, das einfach durchzuwaschen. Wir haben ja keinen Stress. Oder? Ich hoffe, ihr seht das genauso. Sonst könnte ich ja das Let's Play einfach werden. Ne, ne. Ich mache das einfach, weil ich Spaß habe. Und das so ein bisschen entspannend finde. Was kriege ich hier alles? Das ist ein Bärenfeuer. Ach, das kriege ich von der Prinzessin. Okay, da brauche ich immer noch irgendetwas. Du hast... Du hast... Ah. Ich sollte mal wieder aufsteigen. Ein Level. Ich würde... Gewicht ist mir fast lieber. Ausdauer wäre auch gut. Ja, Ausdauer. Komm. Bestätigen. So, Ausdauer. Einmal hoch. Äh, hier. Maximum. Äh, hier. Ein paar Bären. Ich habe wieder ein paar Sachen hier. Das geht ja nicht. Das? Ah, Fleisch geht. Pilze behalte ich. Was sind das? Da brauchst Gegenstände ungewöhnlich. Okay. Das ist irgendwas krasses. Vermutte ich mal. Das packe ich mal hier. Okay. Da hat schon jemand was reingepackt. Hm. Das hier noch. Katze arbeitet. Hier. Maximum zwei Stück. Ja, brauch ich eher nicht. Maximum acht. Ja, komm. Arbeiter. Hier. Brauche ich nichts. Das ist die Frage. Ah ja, den Vogel. Stimmt. Äh. Den packe ich mal kurz ein. Was kann der überhaupt? Nichts. So grob. Äh. Wen tausche ich dafür aus? Hm? Ja, das ist jetzt halt auch nicht perfekt. Perfekt. Die haben alle irgendwie gleich viel Leben. Kann ich das irgendwie... mutig. Mutig. Wasserratte. Wild. Ha. So ganz verstehe ich das noch nicht. Hm. Okay. Habe ich da irgendwas? Ich so... Die haben alle teilweise nur ein Level. Level 1. Wie kriege ich die höher? Okay, ich mach mal den Vogel raus. Äh, komm. Nein. Okay. Sieht cool aus. Äh. B. Ich mach das hier echt sehr umständlich. Alles. Aber egal. Ist hier irgendwo Holz? Blöde Frage. Wo packen die das Holz permanent hin? Okay, hier ist irgendein Zeug. Hm. Okay. Ich hab hier echt wenig Ressourcen. Ja, weg da. Hm. Hm. Ich muss einfach stärker werden. Auf sieben. Ja, ich brauch immer noch paar Pearls. Also vier Monster bräuchte ich jetzt noch. Hm. so hier eine Sekunde ja hier packe ich jetzt mal ganz viel Blödsinn rein für was habe ich so viel Wolde dabei Stein brauche ich jetzt auch nicht das Zeug keine Ahnung was das ist Knochen ich brauche noch so ein Wildschwein das braucht ja nur Platz gefühlt ist ja egal Feuersteine das könnte ich hier auch rauspacken weil die sind ja drinnen die sind da drinnen die Eis- und Feuersachen ich habe hier überhaupt keine Ordnung ich bin hier echt los gut Seile keine Ahnung für was ich die brauche halt geht gut weiter auf die Suche oder ich will da mal hoch gehen ich war da jetzt bis jetzt dann noch nicht oben okay let's go Junge ab in den Himmel ich habe ein paar Aufrufe aber anscheinend gefällt das nicht was ich den Leuten hier mache was ich hier mache hm ist ja egal okay okay und let's go am das hier ist nichts da auf dem Turm ist garantiert irgendetwas Oder im Turm? Hier hinten? Oh, das wäre ein perfekter... Oh, war das jetzt ein bisschen tricky. Hier eine Station bauen. Sieht spannend aus. Okay, hier ist ein Stock. So ein Bällchen. Okay. Ah, gut. Kannst du aufschladen? Bin ich ganz runtergefallen. Das heißt, das sollte sich ausgehen. Ah, wird knapp. Wird knapp. Oh. Geschafft. Sonst ist hier nichts. Da hinten ist eine schöner... Da hinten ist eine schöner... Ah. Okay. Das wird noch ein Weilchen dauern, bis ich den Turm besiegt habe. Hmm. Ja. Oh. Eine Ausdauer. Uh. Ich sollte da echt aufpassen ein bisschen. Da drüben war halt irgendwo das Feuer. Ich glaube, da ist meine Mission auch so ein bisschen. Okay. 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 Der liefert Bären ab. Lager verbessern. Max Anzahl von Arbeitspals im Lager. Sechs von sieben. Und sechs im Lager. Ich brauche Arbeitspals. Hä? Da fehlt einer? Hä? Betten. Fehlt da noch ein Bett? Na. Ich habe eins sogar mehr. Ja, ja. Ich habe Hunger. So. Hm. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber das könnte schon passen. Anzahl. Möglicher Lager. Eins. Was bedeutet das? Kann ich jetzt... B. Lager. Kann... Es kann nicht gebaut werden, da es sich mit anderen Objekten... Okay. Wenn ich hier jetzt rausgehe, kann dieses Bereich gebaut werden. Du hast... Gilde oder heute. Äh... Du hast... Nicht genügend Materialien. Also, das habe ich auch nicht. Okay. So. Ich gehe da jetzt mal ein bisschen. So. Hm. Aber so ein zweites Lager wäre halt richtig gut. Mir fehlt noch so ein Wildschwein. Fehlt mir noch... Wart, wenn ich jetzt hier... Es können keine weiteren Lager gebaut werden. Ja, okay. So weit habe ich es auch verstanden. Oh, was bist du... Ah. Okay. Dich habe ich ja schon mal gesehen, mein Freund. Ich gehe mal in die Richtung da, ne? Hm. Da sind ein paar Bären. Zum Schnabulieren. Cool wäre es, wenn ich auf ihn fliegen könnte. Wird es wahrscheinlich irgendwann so einen Sattel geben. Vielleicht nicht direkt auf ihn, aber auf einem anderen großen Vogel. Und so Kämpfe im Wasser wären auch cool. So Unterwasser vielleicht noch. Okay. Kurz mal... Wechseln. Komm mal her. Danke. Ah, ich spiele Core Island. Okay. Varia spielt gerade Core Island, Leute. Das habe ich gesehen. Warte mal kurz. Ich spiele runter. Ich habe ja jetzt Geld auch, oder? Hat der nicht? Je mehr Perls, ein Trainer fängt besser. Okay. Aber ist es egal welches. Ich will halt unterschiedliche. Das ist, denke ich, da zu eingeschränkt. Drüber nach. Also, ich könnte... So. So. Da ist eine Höhle. Kann das sein, dass die Höhle zu stark ist? Oder nicht? Ich sollte auf jeden Fall in die Höhle wegen... ...anderen Monstern. Weil mir fehlen ja noch ein paar Ups. Also... Ich drücke die ganze Zeit. Weil müsste ich nur... Meine Güte. Hungrig. Neh. Ah, der war richtig schwach. Hm? Wo sind die anderen Herren? Sind die alle in den Steinen? Natürlich. Natürlich sind die in den Steinen. Was ist da hinten? Da war, glaube ich, wieder so eins wie links von mir, das Monster. Weil es so violett war. Da. Ja. Ist egal. Ich will eigentlich... Dich. Ich gehe mal geradeaus. Mal schauen, was da so... ...wo aus sich geht. Hm? Hm? Was seid ihr denn? Komm, geh rein. Ja. Ah. Okay. Der hat Angst. Ich habe wieder ein neues. Und dadurch, dass das hier hier unten lebt, könnte das vielleicht so eine Minenfähigkeit haben. Also nicht Minenfähigkeit, sondern, dass ich, äh, dass es schmieden kann. Hm? 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 Ich halte hier jetzt einfach mal gerade durch. Und hier ist halt gar nichts. So ein... Okay, die sind schon... Hat der ein Messer? Wow. Vogelchen. Also, Vogelchen ist stark. Da kann ich nichts anderes sagen. Oh, Kister. Ja, okay. Hi, Kleiner. Ist das was anderes? Schwefel. Interessant. Also, verschiedene Materialien auch. Schwefel, nehm ich so viel mit, wie es gerade geht. Schwefel. Schwefel, 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 Schwefel. Hm, hm, hm. Okay, das ist sogar irgendwie... Was ist das? Eisen, oder? Ja, Ei, Erz. Und das wäre halt so was mit den Bällchen. Hier oben. Hier geht's halt nicht weiter. Ich dachte, hier geht's vielleicht noch weiter. Hm. Was ist das alles? War hier drin? Hier war jetzt... Ein neues Monster. Und das war's. Okay. So. Töte sie. Okay. Danke. Ja, die haben auch Geld dabei. Was sind weitere? Was bringen die überhaupt? Habe ich gar nicht nachgeschaut. Leder. Leder. Leder ist nichts, was ich brauche. Kam ich hierher? Vermutlich, dass sie halt auch so labyrinthmäßig ist. Hier könnte ich schwimmen. Kann ich tauchen? Geht nicht. Oh Gott, was ist das hier? Foxy? So als Boss? Gegner? Okay. Ah, interessant. Okay, ich sollte ja ein bisschen ausweichen auch. Wie. So. Und dem Boss Foxy... Ist mein Vogel? Nein, mein Vogel lebt noch. Okay. Mal eine Frage. Geht das? Nein, er ist tot. Nein, er ist tot. Der Kleine ist tot. Ach, Männer. Aber wo geht es jetzt hier lang? Das ist jetzt schon ein bisschen aufregend. Ach, das ist jetzt das Ende. Hätte ich auch in meinem letzten T-Shirt. Okay, was ist das? Die habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Okay. Eisenspitzhacke? Ja. Okay. Was mache ich? Was mache ich? Sehe ich da irgendwie eine Halbbarkeit? Wie gut das ist oder so? Fehlt hier sonst noch irgendwas? Ich würde das noch mitnehmen. Das. Luftmunk-Maschinenpistole? Was? Luftmunk-Maschinenpistole? Aber wo war so ein Amulett dabei? Oder kann ich das Amulett jetzt einfach irgendwie schmieden? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Wieso wird hier irgendwie ein Endgame-Item freigeschaltet oder so? Ich habe hier irgendwas nicht angeguckt. Ich habe hier irgendwas nicht angeguckt. Ich frage mich nur was. Ach das. Die Axt. Ich muss halt noch Metall herstellen. Okay. Okay. Aber das Maschinenpistolen-Ding. Klingt spannend. Klingt spannend. Klingt böse. Und da sind so zwei Dinger. Komm. Habe ich noch? Ich sehe es wieder nicht. Nein. Ah ne. Geht das? Geht das? Ah ne. Ah ne. Ja. Das. Gefangen. Ja. Und da hinten. Ist ein Ultra-Pinguin. Den fange ich auf jeden Fall. Oh. Bitte, 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 bitte. Alter, die Attacke war krass. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das gut war. Schlecht war. Keine Ahnung. Es fühlt sich halt richtig gut an. Weil die Attacke war jetzt richtig krass von dem. Wahrscheinlich ist er nicht stark. Aber böse. Da drüben ist was. Das sind... Ey Leute. Ist grad sehr dunkel hier, ne? Ich bedauere die Dunkelheit. Habe ich eigentlich... Ich hatte einmal einen Bildausfall. Interessant. Ich hoffe der Stream läuft. Trotzdem gut. Und ich muss hier ganz kurz... Seht das nicht, aber... Das ist eine Nachricht gewesen. Das ist ein... Das ist ein... Stock. 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 Das sind Wasserelefantis. Pinguin. Chickens. Da vorne ist was grünes. Da vorne ist was grünes. Hmm. Attacke. Da... Instant weg. Okay. Mir fehlt nur noch ein... Monsti. Das könnte das... Wildschwein sein? Ein Wildschwein sein? Alter, war das jetzt schnell dunkel. Könnte so ein Wildschwein sein? Oder irgendwas Neues, was ich noch nicht kenne. Bleib doch stehen. Stirb. Okay, du hast Glück. Ich bin heute gnädig. Oh Leute, und das war's wieder für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Lass ein Like und ein Abo da haben. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Palm World. Wenn ich wieder irgendwelchen Blödsinn mache hier.